Das Film-T-Alf-Team in verschiedenen Vulkanlandschaften, die Eifel, der Odenwald, Europa und das Mittelmeer. Vulkane, man kennt zur Zeit 1500 Aktive weltweit, eine geologische Struktur seit Millionen Jahren. Vulkane entstehen, wenn die sogenannte Magma, über 1000 Grad flüssiges Gestein, an die Oberfläche der Erde aufsteigt. Das zähplastische Material tritt durch den hohen Druck durch Spalten und Klüften an die Erdoberfläche aus. Das Film-T-Alf-Team Das Film-T-Alf-Team Weltweit gibt es zahlreiche erloschene Vulkane, die mit Burgen, Festungen und Schlössern bebaut wurden. Wie hier der Otzberg im Odenwald oder auf Corfu. Das Film-T-Alf-Team 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 Das Film-T-Alf-Team